Ich hab nichts gemacht War das bei dir echt Swag im Tag? Swag im Tag Swag im Tag Swag Attack Das stand aber gerade wirklich Stand echt ne? WTF Pause! Puzzle 1 ist heute auch dabei Was geht? Und wir zocken einfach mal so aus Fun Scharfschütze auf Villa Die Map hab ich so lange nicht mehr gezockt Bestimmt 2 Tage nicht mehr Voll lang her Ist so man Ich hab hier diese Party-Modi eigentlich nie gespielt Warum nicht? Der spockt am meisten ehrlich Bestimmt wenn wir so ein Sprengkommando-Zocker Oh fangen wir mit dem Kommando Schalldämpfer an Sprengkommando Spawn Trap Sagt er der hat noch nie Party gezockt macht aber davor 8-1 Ja ist so Aber ich bin Host Was warum bist du? Nee 150k Leitung Kann man sich irgendwo beschweren gehen? Oh mein Gott wie ich veräumt hat Thomas hat mal deine Fresse Thomas Was denn? Wie sitzt du sonst deine Fresse ein? Ich hab schon Ah Gott wer hat auf mich geschossen? Ich auch nicht ey Ich bin mal davon ausgegangen dass es fehlen war Ja ich war es wirklich man Alter okay Ich Natürlich warst du es man Wer denn sonst? Ja wenn ich gerade campen will dann Ach man Alter wo seid ihr? Was ist jetzt los? Oh mein Gott Achso die warst wechseln Ja klar Scharfschütze was ist los? Ja stimmt ASP Akimboy Ich glaube darum geht es in dem Modus aber da bin ich mir nicht Oh mein Gott hä was? Hä wie? Hä? Hä? Wie hast du mich gerade geholt? Was? Ich habe einfach drauf geschossen keine Ahnung Noch bin ich erster Thomas hinter dir Nein! Hinter dir Oh was darf ich auch kommen? Warum tagt die mich alle an und dann hat Thomas immer so ein Freakill Ey nein guck mal Thomas erklär mir mal bitte das Erklär es mir Was? Die Waffe ist so behindert Es ist einfach nur Glück ob du triffst oder nicht Ja ist echt so Camper Ja Camper ich bin da gerade Ich hatte keine andere Wahl Ja tuben ne Ne was ist das Schlammwerfer Hahahaha 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 Ja richtig Oh mein So jetzt reicht's jetzt reicht's Was ich bin der Erster? Wie kommt das ey? Ja wie kommt das wenn du mich immer mit deinem Schatz Akimbo Waffe da back holst ey Das ist doch so assi Ja ok ist echt so Oh shit oh shit Achso das ist dieser Flammenwerfer oder? Oh hab ich den gesauntourt Ah der töntet mich mal mit dem Scheiß Ah der töntet mich mit dem Ah Ah passieren Was haben wir jetzt? Was? Spectrum Art Achso Was? Thomas Hahahaha Was ist das für ne Scheißwaffe? Ah nein Ich hab gemessen Hast du das gesehen? Ja Ah nein Die Waffe Scheiße Thomas So op Ja Die Waffe ist immer so krüfflig Hä? Ich hab da einen gesehen ich schwör's dir Ja? Da! Oh shit oh shit Ohhhh Wie veraimt hab Wie veraimt hab Wie veraimt hab Mit dem Ding kann man nur veraimen Alter was ist das denn ey? Jesus Jesus Oh mein Gott alter das geht gar nicht man Was ist jetzt? Oh ja die ist geil die ist geil die ist echt geil die ist eine der besten Waffe Eine der besten Waffe Eine der besten Waffe Geiles Deutsch weder Das ist der Wahrheit ey ey Oh fuck oh fuck Ah Ja nein Ohoho Jumps Das ist doch schneller Einguckold ey Oh mein Oh fuck Ja Hude Ihr kommt einfach von der anderen Seite an man Oh Aber die ist wirklich geil ich hab die noch nie gespielt Ehrlich nicht? Nein Damit hatte ich mein erstes 100 plus auf Nuketown Nukes Nuk Nuketown Nein Lade Nein Lol Sorry Oh was was wie viel frisst der Nein 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 Was ist das thermal oder Infrarot wie die Scheisse heißen Scheisse wo seid ihr wo seid ihr auf Angst Mann Oh my god ich war ich schwör's dir guck's dir auf YouTube nachher an Ich war so drauf Sorry für den Hardscore, aber ist egal Was ist das denn? BR 2000, ne? Ich bin da drauf Aber treff nicht Thomas, tut mir leid Hab dich Oh, was ist jetzt Galil, jawohl Mit Flammenwerfer Oh mein Gott, ich verbrenne, ich verbrenne Dieser Flammenwerfer Oh mein Gott, Stefan, ist das dein Ernst? Digga, du holst doch auf, oder was? Ich hab mich gerade selbst Du holst garantiert nicht auf, Mann Ne, das geht auch nicht mehr Allein, weil ich jetzt Thomas geholt hab Na, komm schon Thomas ist heute sehr gesprächig, ey Wieso explodiert die Scheißkarre nicht? Thomas ist mega gesprächig, die Runde irgendwie gerade Ich glaub, er konzentriert sich grad so mega, irgendwie noch Dritter zu werden Ich bin die Sprechlichkeit in Person, ey Ah, okay Passi, passi, oh, was? Du bist so ein Adlischer Ich war gerade eben noch Zweiter, jetzt Vorletzter, was ist das? Scheiße, ey Oh Gott, egal, geile Runde irgendwie Ich wurde noch Zweiter, geil? Ey Leute, Partygames blocken gerade irgendwie übelst Ja, Mann Und wie immer, falls euch diese Episode Ja, guck dir das an, guck dir das an, wie du mich hier jetzt What? Ja, ach, nicht an, ne? Mach deine Hack aus, ey Also, falls euch diese Episode gefallen hat Gebt es einem dann nach oben Und ich lass dann mal das letzte Wort an Hm, nicht an mich, nicht an mich Ähm, ja Ähm, ja Ja, dann Ja, dann Ich lass dich auf Ich lass dich auf